Zu einem neuen Livestream und zwar mit Rocket League mit dem guten Tabs. Tabs, sag doch mal hallo. Hallo. Ja, das war ein kurz und pünktiges Hallo. Ja, das war's. Okay, ähm, hast du alles eingestellt? Ja, für DFA-Schalding oder um was anderes? Ähm, mach einfach mal irgendwas. Okay, für die Profis, weil wir Sky-Match erstellen. Okay, ja, wir spielen im Moment nicht gegen andere Spiele, wir spielen einfach nur gegen die Bots, denn die sind schwer genug. Finde ich. Mal schauen, wie das so läuft. Vorhin haben wir die ganze Zeit auch die Fresse bekommen. Also das letzte Spiel haben wir 6 zu 4, glaube ich, gewonnen. So viel ich weiß. Ähm, Suche läuft. Und läuft. Und läuft. Ähm, nicht mehr. Okay, was ist jetzt los? Was meinst du? Achso, muss ich da... Achso, jetzt, okay. Ähm. Hat es noch nichts gefunden? Ähm, nein. Ich will es halt nicht. Okay, dann musst du nochmal von voll. Sonst mach ich's. Ich mag die Musik auch vom Spiel, irgendwie. Ich bin zu viel leise. Ähm, wo bist du leise? Achso, du testest das für mich. Das finde ich schön im Moment. Und ich dann noch wohl ein bisschen hoch. Ja, so. Ich darf es gerne reden, denn sonst, dann könntest du das nicht weiter testen. Ja, dauert dann natürlich ein wenig. Äh, zweimal, ähm, sehr schönes, ähm... Spiel, das nennt sich Rocket League. So, komm schon. Mach einmal, mach einmal, mach einmal. Ähm, ja, ja. Nicht gefunden, ne? Ja, ich guck mal, ob ich hier... Das andere ist der, oder? Also. Okay. Okay. mitte nichts gefunden ich schicke sonst einmal eine einladung ich glaube ich habe einladen dann sagst du annehmen wenn du willst und wie ist es jetzt mit der lautstärke also noch mal geschaut ich habe voll den sonnenbrand gehabt und jetzt bin ich mich hier voll am häuten am schinden wie eine schlange das ist richtig übel ach komm schon lass mich jetzt nicht hängen du spiel du bist mich wohl verraschen oder auch was ist denn jetzt los jetzt hat es immer geklappt genau jetzt wo ich trünen will geht es nicht unglaublich fühle mich richtig beschissen frechheit boah komm schon was ist denn los ich nehme jetzt einfach mal jeder stadion das geht vielleicht bei jedem sein funktioniert keine ahnung auch wenn ich nicht glaube dass es daran liegt aber man weiß ja nie sonst nehme ich einfach keine ahnung ein anderes nötig von die die keine ahnung ozean oder so da geht denn das ja irgendwie was machst du eigentlich tubs ich bin ich in die usa gezogen und jetzt geht es siehst du okay blau bist du da ja okay okay und jetzt action los nach einer gefühlten halbe stunde oder so es könnte einfach sein dass es jetzt hier natürlich ein bisschen zerleckt oder so weil wir wahrscheinlich keine richtigen boah unsere pings die sind über hundert aber das ist überhaupt nicht ja noch nicht nein nach hinten los 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 ich will es nicht verliehen ich will es nicht verliehen nein okay das war mein Fehler den haben wir nicht mehr erwischt irgendwie verdammt auch mensch das fängt ja schon mal super an nein poncho nein und poncho besser gesagt nein das war jetzt richtig was meinst du schön sehr schön zettel nein und nein nein ich will nicht nein man nein kann doch nicht wahr sein weil ich kriege da gerade das halbe stadion stadion da flog ich mal eigentlich mit mitten in die wand nein wo bist du tapps los 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 nein das wäre es gewesen was war das denn damit ja sehr schön okay da bist du ja ja im moment sind wahrscheinlich keine ahnung vielleicht sind die anderen belastet oder keine ahnung was da los ist nein 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 was ist das was was auch gut nein was ist das was ist das was ist das was ist das ich merke und da gab es schön 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 gar nicht schön ja ich hatte was gehabt was ist nicht schön? was ist nicht schön? ähm ok nein ich habe ihn an dich gespielt was war das denn? wie ging das denn jetzt? ah ich habe ihn nach hinten geschossen und da bist du reingefahren und dann das ganz komisch oh mein gott oh meine güte nein 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 nichts gutes auf jeden fall ich habe Mexikanische nicht auf aber kein Poncho oder kein Poncho ah blampert nicht jeder Mexikaner hat eine Poncho auf aber er ist Brencho Also gehe ich auch davon aus, dass er ein Poncho anhören sollte. Vielleicht soll er ein Poncho darstellen. Ähm, ja, ich könnte tatsächlich immer sollen. Neeeeee! Verdammt. Hibs! Oh, verdammt. Wir haben natürlich gewonnen. Äh, ja. Ich habe jetzt eine Einhornflacke. Äh, was? Eine Einhornflacke? Das ist eine Einhornflacke. Bleib hinten. Okay. Äh, ich fliege und fliege und fliege und bin wieder am Boden. Nein! Boah, was ist denn los mit uns? Also Feuer waren wir besser. Ja, definitiv. Und auch gestern waren wir um einiges besser. Äh, was? Nein! Nein, aber ich habe den Ball nicht erwischt. Äh, der Ball hat sich gerade teleportiert, ja. Nein, sorry, das war mein Fehler. Das war ich. Das war ich. Ich ganz alleine. Ich habe ein Tor geschossen. Ich habe einen Tor geschossen. Hm. Der Ball teleportiert sich auch die ganze Zeit herum. Ich habe einen Tor geschossen. Wo? 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 Das ist das? Was ist das? Ich habe einen Tor geschossen. Oh, sorry. Und werde wieder einmal geschossen. Ich wollte das doch nicht. Nein, was tust du? Lass das, du Kasper! Ah! Was ist das? Nein! Nein! Verdammt! Oh, äh, ich bin an der Decke. Komm mal wieder runter, irgendwie? Gäst das eine Verbrecherung, die Trabiltz an! Vielen Dank.